Dieser superschöne Ford Fiesta Sport, könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen Außenspiegel in Kontrastfarbe bieten beste Übersicht. Besondere Karosseriedetails lassen den Fiesta sehr sportlich wirken. Das Dach in Kontrastfarbe lackiert und schwarze Alufelgen in 16 Zoll unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die zweifarbigen Vordersitze bieten viel Seitenhalt und Komfort. Spezielle Fußmatten gibt es natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fiesta schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem Kracher Ford Fiesta Sport in zwei Fahrplackierung. Mit seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängern. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Eis. b Sie sp sie 100 coup S so